Ich bin Duke Diver, ansässiger Manager dieser Seniorenresidenz. Duke, Duke-Killer. Der Duke. Er ist hier bei uns in allen Disziplinen die Nummer 1. Wer steht auf meinem Parkplatz? Hier ist für Mr. Diver reserviert. Zwingt er Sie zu diesem dehnlichen Aufzug? Da ist Frischfleisch auf dem Buffet. Das ist doch 20 Minuten und Sie stehen für einen Dreier mit ihm parat. Wenn man's genau nimmt, wär's eigentlich ein Vierer. Was machen Sie, Leo? Sind Sie beim Militär? Das war ich früher. Bist du nur hier eingezogen, um mir ans Bein zu pissen? Nein, das ist nur ein super Nebeneffekt. Du willst Krieg? Das ist erst der Anfang. Das war garantiert kein Zufall. Jemand versucht, mich umzubringen. Du musst mir helfen, hier zu verschwinden. Wieso sollte ich dir helfen? Ich habe ein großes Geheimnis. Willst du's hören? Nein, kein Bedarf. Ich war Kronzeuge gegen die Mafia. Ich wusste, dass wir das Zeug haben, dicke Freunde zu werden. Du gehörst in die Klapse. Ob er mich auch so hoch stemmen könnte? Hört ihr euch eigentlich selbst zu? Nein. Warum sollten wir? Echt aufregend. Keine Panik. War sicher nur ein Benzinleck. Das war ein elektrischer Golfwagen. Schon hat dein Äußeres verändert? Und mir das versauen lassen? Ganz sicher nicht. Du bist Prommen. Du bist Prommen. Von der Sitzung. Vielen Dank.